Herzlich Willkommen liebe Studierende. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich freue mich auch sehr, hier persönlich Sie begrüßen zu dürfen. Das ist eine SQ Lehrveranstaltung von unserem Tandemprojekt. Das heißt Projekt-Tandem. Ich habe schon im vorangegangenen Semester schon mit anderen Studierenden schon Screenshots erstellt, Fotostrecke oder auch Broschüre von Studierenden für Studierende. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was können wir noch machen, damit wir ein bisschen mehr Action haben. Wie wäre es, wenn wir Minifilme zusammen drehen? Hm, wer macht für mich jetzt ein Logo? Ja, das ist richtig. Du schreibst für mich ein Logo. Wow, ich mache das Make-up. Und Logo habe ich. Make-up habe ich. Irgendwas fehlt mir noch. Special Effects. Kling gut. Special Effects. Ja, genau das. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020